Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Aberfeldi 15 Jahre Cabernet Sauvignon Finish. Heute bin ich geschmacklich in den schottischen Highlands bei der honigsüßen Brennerei Aberfeldi. Jawohl, das sagt man der Destillerie nach, einen honigsüßen Grundcharakter. Und dieses Grundrauschen, das findest du in vielen ihrer Abfüllung, vor allem im Standardbereich, die hauptsächlich in Expertenfässern gereift sind, aber für die mit 12 Jahren, mit 16 Jahren, mit 18 Jahren, mit 21 Jahren. Ich finde, je älter die Dinger werden, desto mehr hast du die Honigsüße gefördert vom einfachen Fasstyp. Allerdings muss man dazu sagen, wenn sie mal älter werden, könnten sie auch ein bisschen mehr Alkohol vertragen. Der 21-Jährige vor allem. Aber gut, man muss froh sein, dass sie viele Whiskys mit 43 Volumenprozenten und nicht mit dem Minimum von 40 abfüllen. Denn 43 hat auch die Abfüllung, die hier links neben mir steht, ein 15 Jahre alter Aberfeldi, der limitiert ist, da in einer Serie erscheint, die sich bestimmten Nachreifungen widmet. Es gab da beispielsweise in der Vergangenheit einen Aberfeldi mit 15 Jahren mit einem Pomerol-Finish, einen 15 Jahre alten Aberfeldi mit einem Poyac-Finish und eben diesen mit Cabernet-Souvenir-Finish. In dem Fall kamen die Fässer aus dem Napa Valley, ein Weinanbaugebiet in Kalifornien, in denen der Whisky nachgereift wurde. Ich habe so ein bisschen im Internet geschaut, was denn die erste Reifung war und habe so ein Stück weit widersprüchliche Angaben gefunden. Der eine Online-Shop meinte, reine Bourbon-Fass-Reifung plus das Finish in diesen kalifornischen Rotweinfässern. Ein anderer Online-Shop meinte, naja, es war eine Mischung aus Ex-Bourbon und Ex-Cherry-Finish und diese Mischung wurde gefinisht. Im Idealfall guckst du mal hinten auf die Schachtel, auf die Dose drauf, was da steht. Da wirst du aber auch nicht unbedingt schlau, denn hier steht lediglich drauf. We first age our spirit in refill barrels. Also das sind definitiv Ex-Bourbon-Fässer, die nicht das erste Mal mit Aberfeldi befüllt waren, sondern schon öfters. And Hogsheads. 250 Liter große Fässer, das kann alles sein. Crafted from American Oak. Macht es auch nicht einfacher, weil wenn das wirklich Sherry-Fässer sein sollten, was möglich ist. 250 Liter groß, die können aus europäischer, aber auch aus amerikanischer Eiche gefertigt sein. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber nachgereift ist er auf jeden Fall in Cabernet Sauvignon Wine Barricks. 225 Liter groß. Abgefüllt nach 15 Jahren mit 43 Volumenprozenten. Er soll wohl gefärbt und auch kühlfiltriert sein. Und preislich liegt die Flasche zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, so zwischen 65 und 70 Euro. Ich bin nicht zeitnah am Release. Der ist schon vor über einem Jahr rausgekommen. Damals lag er, glaube ich, so bei 55 bis 60. Es gibt immer noch Flaschen. Ich habe extra im Netz geschaut. Ich meine, ich habe ja auch eine gekauft. Also irgendwo war der schon noch zu bekommen. Bisschen teurer geworden als damals. Möglich, dass jetzt der nächste 15-Jährige rauskommt. Du findest aber auch den Pomerol und den Proyac immer noch vereinzelt im Netz. Also die sind zwar limitiert, ja, aber findest du stellenweise immer noch. Was ich bei Aberfeldi immer interessant finde, so minimalistisch das Etikett ist mit Schwarz und Gold. Jeden Millimeter ausgenutzt. Da steht so viel drauf, dass es ein 15 Jahre alter Aberfeldi Highland Single Malt Scotch Whisky ist. Das wussten wir im Vorfeld schon. Die Brennerei ist 1898 gegründet. Das wissen wir jetzt auch. Find ich den Cabernet Sauvignon Cascs Unlimited Bottling. Batch Number 2922 slash B. Ist das jetzt Marketing? Also Cabernet Sauvignon wüsste ich nicht, dass es unabhängig von der Abfüllung schon mal jemals im Original Sortiment gespielt haben. Von daher, warum da jetzt eine Batch Nummer draufschreiben, die auch noch so hoch ist. Also das 2922. Mal und dann auch noch ein B dran gehängt. Wow. Napa Valley. Aber ich mag die Ausstattung. Schöne Korken. Stimmig. Das Sound. Das ist echt geil. Zischt. Zischt wie Appelsaft. So, schauen wir mal. 15 Jahre alter, aber Feldi mit Cabernet Sauvignon Finish. Gerne mal bei mir in die Playlist schauen, aber Feldi geht eigentlich immer. Ich habe vorne auf der Dose gelesen, da steht Raspberry und ich habe gehofft, dass man sie auch riecht. Jawohl, man riecht die Himbeer. Das war nicht zu viel versprochen, aber man riecht sie ziemlich deutlich. Aber eher so ein bisschen astringierend, so Himbeer, Ahoi Brause, das kommt schon eher hin. Schöne Malzigkeit, die so ein bisschen was Geröstetes, Karamelliges hat, so wie Frühstücksflocken, so in die Richtung geht das. Und das kannst du auch relativ dir gut vorstellen. Nenn dir mal deine Kellogg's Corn Flakes. Bisschen Zucker drüber, ja, bisschen Karamellsoße drüber und dann deine Himbeeren rein. Beziehungsweise, nee, streich die Himbeeren, streich den Zucker, nimm Ahoi Brause und mach das über deine Kellogg's Corn Flakes mit der Karamellsoße. Ist ein Smoother mit 43, aber sehr stimmig. Angenehme Eiche. Ich hatte jetzt irgendwie die Befürchtung, dass so die Refill Barrels, dass sie wie ein Pappkarton riechen. Ah, tun sie Gott sei Dank mich. Und ich hatte auch die Befürchtung, dass allgemein über die erste Reifung nix kam und das finischt das Ganze zu Ballett. Gott sei Dank ist es auch nicht so. Der riecht richtig nice. Erste Reifung gut, finischt gut. Nicht zu viel, nicht zu wenig Wein. Schöne Säure mit drin, diese Himbeer Ahoi Brause. Das ist so ein Schmeichel, er könnte den ganzen Tag dran riechen. Einfach ist er, ja. Also ich rieche da jetzt nicht großartig viel mehr raus. Er hat nicht viel, aber das, was er hat, ist nahezu perfekt. Schmeichelt einfach. Der riecht einfach so krass nach trink mich, trink mich. Ja, okay. Das Lanche. Oh, die Himbeer ist so krank auf der Zunge. Das ist so krass, was da Himbeer abgeht. Mit ein bisschen Vanille, mit ein bisschen Karamell, mit ein bisschen Gewürz, Malz und Eiche. Aber die Himbeer ist einfach Endgegner auf der Zunge. Boah, das ist wie, muss ich gerade denken. Du hast eine Fußballmannschaft, ja, und die ganze Mannschaft ist auf einen Spieler ausgerichtet. Und diesem Spieler spielen alle anderen zu. Und dieser Spieler ist Cristiano Himbeero. Das ist die Himbeer. Ja, und dann hast du wirklich noch so Vereinsspieler, die Gewürz repräsentieren, die Karamell repräsentieren, Malz. Und die spielen der Himbeer ständig den Ball zu und die Himbeer geht vorwärts. Das ist einfach geil. Ich liebe Himbeer und hier ist es in Perfektion drin. Und das ist so süffig. Ich finde die 43 gar nicht störend. Ich finde sie eher gefährlich, weil die Flasche, die lebt nicht lange. Da schenkst du dir 2CL rein. Der riecht super nett. Der schmeckt noch besser und dann schenkst du nach. Und dann kommen die Kumpels und dann wird die Buddel auch leer. Also Nase ist verhältnismäßig einfach, aber schön. Nicht so komplex, aber auch nicht zu einfach. Das, was er hat, wie gesagt, ist mega. Diese Fruchtigkeit, diese Ahoy-Brause Himbeer mit ein bisschen Malz, so geröstet. Frühstücksflocken mäßig, angenehme Eiche, die ein bisschen Gewürz, ein bisschen Trockenheit mitbringt. Aber wunderbar aufeinander abgestimmt. Richtig weich. Aber ich freue mich, dass es immer noch gute Whiskys gibt und nicht alles irgendwie teuer und schlecht ist. Solides Alter. Schöne erste Reifung. Nichts ausgelutschtes, obwohl es refillbar ist. Passt. Schönes Finish. Da geht auch der Preis okay. Also diese Himbeer ist wirklich tonangebend von Beginn bis Ende mit einer gewissen Süße, mit einer gewissen Säuerlichkeit. Und alles andere spielt ihm so unterschwellig die Karten zu. Diese geröstete, karamellisierte Malzigkeit, ein bisschen Gewürz, Nelke, trockene Eiche, leichte Bitterkeit, ganz, ganz wenig, geht eher so in die Richtung Milchschokolade. Alles spielt der Himbeer die Karten zu. Sehr schön, Herr Whisky. Es ist sehr schade, dass ich so spät erst auf den Kollegen aufmerksam werde. Was den Nachteil hat, ich glaube der eine oder andere interessiert sich jetzt bestimmt aufgrund dieses Videos auch für die Flasche. Du findest ihn noch im Netz, denke ich. Aber hätte ich das Video direkt nach Release gedreht, hätte es ein deutlich besser im Netz gefunden. Das meine ich damit. Aber schaut einfach mal, sehr, sehr schöner Whisky, wenn es da noch was gibt. Ja, roundabout 70 Euro, könnt ihr euch ein Flaschen zulegen, wenn ihr Bock auf so einen milden, schönen Whisky habt mit einem perfekten Finish. Ich könnte es nicht besser machen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein.